so meine freunde geht weiter mit einer neuen freunde let's play close to the sun meine freunde ich hoffe euch geht sonst relativ gut mir geht es fein gut meine freunde und deswegen fangen wir einfach jetzt an mit diesem party ich habe schon was kleines hier schon geplant oder auch schon was vorbereitet meine freunde kann man sagen genau ja ich habe ich habe hier vor mir liegen ein zettel weil ich hatte nämlich was aufschrieben für diesen code nicht eingeben muss und ich habe erst nicht verstanden wo ich hier muss die frau hat mir nämlich gesagt erste bühne aber nee es war leider falsch und wo wir gerade sind das war so richtig also wo wir gerade waren und sind so richtig meine freunde hätte ich nie gedacht hier sind wir auf jeden fall richtig glaube ich jedenfalls da hinten der code glaube ich irgendwo ich hätte nämlich hier sieht einen zettel liegen ja ich weiß von irgendeiner firma aber ist mir egal von welcher firma ich die jetzt hier habe da steht etwas drauf da steht nur drauf eins so ein zeichen habe ich auch aufgemalt zwei ist dann so ein windzeichen drei ist dann das vierte mal das habe ich auch aufschrieben meine freunde dass ihr auch wisst was ich hier mache und möchte und will und will und will wenn ich mir nicht irre bin ich ist hier richtig glaube ich jedenfalls oder bin ich da falsch und glaube ich doch falsch ich weiß gar nicht mehr da links links dritt hier oder ich glaube ich habe doch halt gemacht ich muss nicht ich bin doch falsch meine freunde ich muss mich nach oben in diesem raum da wo ich wohl dir das hat wo ich diese zeit oder vorgelesen habe oder wo ich die notizen da vorgelesen habe oder oder ist das hier richtig doch doch ist doch ich richtig weiß wo ich muss wo ist der code jetzt wo wo ist der code ohne scheiß ist das hier richtig oder ist das hier falsch ich weiß ich weiß nicht mehr ich weiß echt nicht mehr genau meine freunde richtig oder falsch ist wir gucken haben meine freunde werden aber auch ein bisschen zeit also mach ich lassen ruhe aber eigentlich müsste doch ich dann ich bin jetzt nicht gerade irritiert hier aber ich hätte auch nachgucken mit denen das ist das ist ein bisschen dumm wenn ich das jetzt nicht so gute schaffen könnte und ja nicht gut weil er kommen könnte dass er ein bisschen traurig noch ein bisschen sehr doof auf jeden fall ja gut hier ist was hier ich weiß aber nicht wo hier muss mensch ja aber es war ich meine frau nicht mach mal ich machen ohne euch ja wer wer schreit herum ich habe darum ich möchte spiel hat nicht ich verstehe spiel aber gerade nicht mal wo ist der gang ich verstehe es nicht also nein nicht da nein nicht nicht reingehen ich habe angst ich muss ja gehen ja ist ja gut hey ich muss ja gehen ja ist ja gut hey bisschen wohin okay dahin das mikrofon verarscht mich gerade total und dann noch oh nein nein ich habe Angst hinter hinterarschige spuk aber jetzt bist du besiegt hoffentlich ja auf jeden fall wird wie die qualität besiegt habe ich weiß auch nicht ob ich noch einer ist eine gute frage ich wollte nur sagen meine franz dass wir es bald noch spannender haben in klos ja er werde nämlich bald eine geile sache machen weil ich werde versuchen einfach echt ein spezial wie du von klos zu sein machen weil ich werde vielleicht drüber reden warum ich spiel so gern mag und warum ich geholter habe und deswegen würde ich sagen das das werden wir einfach alles bald erst machen es soll nur eine kleine information sein hier meine freunde deswegen bye bye jetzt gehen wir nächstes mal weiter bei einer richtigen neuen folge dankeschön und dann lasst euch